Nächster Halt, Brötzingen Mitte. Der Zug hält nur bei Bedarf. Umsteigemöglichkeit in Richtung Kalf und Nargold. Nächster Halt, Brötzingen Sandweg. Der Zug hält nur bei Bedarf. Nächster Halt, Brötzingen Wohnlichtstraße. Der Zug hält nur bei Bedarf. Nächster Halt, Birkenfeld, Württemberg. Der Zug hält nur bei Bedarf. Nächster Halt, Neuenburg-Württemberg. Bitte beachten Sie. In Rotenbach und Höfen Nord ist der Ausstieg nur im ersten Fahrzeug möglich. Bitte steigen Sie jetzt gegebenenfalls in das vordere Fahrzeug um. Nächster Halt, Neuenburg-Süd. Der Zug hält nur bei Bedarf. Nächster Halt, Neuenburg-Freibad. Der Zug hält nur bei Bedarf. Bitte beachten Sie. Am nächsten Halt, Rotenbach, ist der Ausstieg nur im ersten Fahrzeug möglich. Nächster Halt, Rotenbach. Der Zug hält nur bei Bedarf. Bitte beachten Sie. Der Ausstieg ist nur an den ersten beiden Türen möglich. Nächster Halt, Neuenburg-Ajach-Brücke. Der Zug hält nur bei Bedarf. Bitte beachten Sie. Am nächsten Halt, Höfen Nord, ist der Ausstieg nur im ersten Fahrzeug möglich. Nächster Halt, Höfen Nord. Der Zug hält nur bei Bedarf. Bitte beachten Sie. Der Ausstieg ist nur an den ersten beiden Türen möglich. Nächster Halt, Höfen an der Enz. Der Zug hält nur bei Bedarf. Nächster Halt, Kalmbach. Nächster Halt, Kalmbach-Süd. Der Zug hält nur bei Bedarf. Nächster Halt, Bad Wildbad-Nord. Der Zug hält nur bei Bedarf. Nächster Halt, Bad Wildbad. Umsteigemöglichkeit zu den Bussen in Richtung Kalf, Dobel und Bad Herrenalp sowie Ennsklösterle und Freudenstadt. Nächster Halt, Bad Wildbad-U-Landplatz. Ausstieg zur Sommerbergbahn. Der Zug hält nur bei Bedarf. Nächster Halt, Bad Wildbad-Kurpark. Bitte aussteigen, die Fahrt endet. Bad Wildbad-U-Landplatz. ICHTERHalt, Bad Wildbad-U-Landplatz. ICHTERHalt, Bad Wildbad-U-Landplatz.